um nun wird es da und schilder so und jetzt wird es für mich noch an die die Stütze oder was ich dabei bin ich bin eigentlich die Zürcher Kanzel gestern in dieser Welt nun Uhr angefangen und dann bis drei gestreamt und von drei Uhr die Händler bis 5 Uhr gestreamt und wer das alles geguckt, niemals. Ey okay, in die Uhrzeit guckt kaum einer. Äh, auf euch im Server bist du? Mein Plex. Okay. Was ist? Nee, komm ich auch in. Dankeschön, Pia. Ich dachte, bei mir, er will es nicht auf keinen Zeitpunkt zu bauen. Okay, ich habe mich hier jetzt freund. Was bitte? Wie bitte? Ich hab dich hier nicht jetzt freund, ne? Ich bin grad in einer Runde, äh... Socker groß? Ja. Hast du schon gehört, Carlos fängt wieder an? Mit was? Mit was? Hm-hm. Äh, ne. Also, hier. Eigentlich nicht. Der hat ja gestern die Magenspiegelung bekommen. Nee, das meine ich nicht. Mit Hack... Kann. Ich so, ja. Ja. Trägt sich auf, wenn er gebannt ist, ne? Ja, aber guck mal, er ist ja mittlerweile auch wieder aufgekommen geworden. Soll mir aber recht sein, er meckert ewig nicht immer wieder an, dass ich mich mal entbannen sollte, mir einen neuen Account kaufen soll. Weil ich bin ja nicht so faul und schreibe keine Bandungsantrags wie her. Ja. Er hat einmal eingeschrieben, wurde dann entbannt und dann hat sich dann einfach einen neuen Account gekauft, das auch nochmal gebannt wurde. Ich mein, klar, ein, 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 zwei, also ein zweiter Account vollkommen gut. Aber ein dritt Account, totaler Unsinn. Ich mein, kann mir eigentlich auch egal sein. Stimmt auch wieder. Soll ich hab' so einen Cut gemacht, gerade. Soll ich hier so aber, nein, nein, oder? Wann, ich mach' das? Ah, okay. User Enter Your Channel. User Enter Your Channel. User Enter Your Channel. User Enter Your Channel. Ich kann zwar noch nicht so gut... und ich kann schon bis Boah, es ist grad bei mir am Leggen Ich gib mal nicht User enter the channel Boah, das Thema war Party, ihr habt mir scheiße hingebaut Das ist kacke, was ist das hier, was ist das? Ja, hab ich Ja, hab ich Bleib auf Alter, das wird nicht zerfetzt Ja okay, ist auch irgendwie witzig Das sieht auch wieder kacke aus Hat auch wieder Pia, wär's nicht so gut Gib meh As a leading, meh Tantel LP, was ist denn Wer nennt sich denn Tantel auch Scheiße, Mais a B Masseinhaltung Hast du grad'n good dafür gegeben, für den kacaufen? Ich hab'n Server Also, kennst du Hm? Was meins Atanas? Ne, nicht Atanas, sondern Server Pro Ne, kenn ich nicht Ja, das ist voll gut Da kann man also Kostlos Premium kann man da Also Premium Server Man kann gucken, ob's ein Bucket Server Kann man alles anstellen Ah, okay, und wenn du das warst, dann kannst du da ordentlich drauf schieben Wenn's Crack-It Server ist, dann kannst du einfach hingehen Zwar Crack-It Server Ja, aber wenn's ein Crack-It Server ist, dann kannst du einfach hingehen mit Force OP Dann kannst du die einfach auf dem Server einfach so OP geben mit nem Hack und da brauchst du nur 5-6 Klicks für Also nur 5-6 mal klicken und dann bist du OP Nee Ah, ich bin하세요 Sehr windень Akzeptierung wird um die Freundschaft und, ähm Und die dancing nicht so an Prozent auflösen h großes D er unterstrich zocker mit CK unterstrich hd also groß ne das war die und so weiter und so ist es der dritten der dritte anklagten wo man sich in uns gemacht wenn ich hier noch wie es tut und überhaupt Prozent einst um die 1 ich bin sie jetzt ich hab gewonnen mit meinem Kackaufen hab ich gewonnen ja mit meinem Kackaufen hab ich gewonnen, richtig, ja, t, d, ho, ho ich hab noch nie gewonnen das stimmt so gut wie es mal zum Baum geht 5 so kann man Spornmann in zu eins kurz vor dem 2-1-1-1 und auslöst mehr diminish alles gut schweb uns gehen mich erschreckt Stehst du nicht? Du bist nicht, Lobby 1. Ja klar. Lobby 1. Du bist schon auf dem richtigen Show, oder? Ja, mein gleich. EU. Okay. Ich hab das nie wirklich benutzt, EU und nicht EU. Nee, das MC-Level hab ich den eigentlich EU. Nee, hab ich gar nicht. Ich hab's von hier. Äh, warte. Ich kopiere mit kurzem Text auf. Ich hab den neu zu schreiben. Ich geb dir 5 Sekunden. 1. 2. 3. 4. So, bin da. Ja. Äh, ich komm jetzt Lobby 1. Komm biegen. Es war Lobby 1. Hä, wenn ich ping, slash ping eingebe, kommt Pong. Hä? Ach so, die haben wahrscheinlich keinen ping-Flaggen drauf. Ja. Ich hab' einen 115er Ping. Laut Lady Morton ist voll am Leck. Ja, der Service, worin die ist nicht, aber nicht unbedingt, denn die ist, das hab ich hier auch gerade. Können auch, und, äh, so viel Glück war nach oben. Ich kann auch, ich kann fliegen. Wieso könnt ihr fliegen? Ich weiß es nicht, aber ich kann fliegen, weil es so hart leckt. Komm, Warby 1. Äh, bin ich. nicht. Aber ich will auch fliegen. Flieg! Nee, es geht nicht will. Das, was gelegt hat. Wer, Ayu? Bei mir, immer noch. Ja, genau. Atlantisch. Warte, ich komme oben auf die Sporn-Plattform. Battlekind. Candyfake. Du bist du, Junge. Ich steh' oben auf der Sporn-Plattform. Wie heißt du? Du bist da immer noch. Du musst aber auch auf Lobby 1 kommen, oder? Ich bin Lobby 1. Du bist nicht Lobby 1. Bei welchem Spiel denn hin? In gar keinem Spiel. Ich bin... Arte. Dann krieg ich jetzt extra noch auf Sporn, obwohl das eigentlich schon ein Sporn sein dürfte. Äh, wo Sporn? Wo ist verfügt nochmal Sporn? Mach mal ab. Wo ist der Sporn? Was für ne Markierung hat der Sporn? Das spornst du, Junge. Ja, komm, dann geh ich nochmal runter. Ja, bin ich ja auch die ganze Zeit an der gleichen Stelle. US? Ich hab.eu eingegeben, trotzdem steht der US. Davor EU. Vorne dran. Hm, okay. Ich bin so. Alter, das hör was so kacke. Ich hab 6 bis 5 FPS hier. Okay. Ich komm mal drauf. So. Jetzt aber. Log 1. So, da bin ich. Hi. 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 Ja, hi. Ja, ich hab gerade vor meinem Gesicht so mein Kleck April Platz. So, jetzt sichtig. Boah, was ist es bei dir auch so, hat am Längen? Hm, geht eigentlich. Ich kann nicht kaum berühren. Ich muss mal gerade meine Männer, dass ich gestern noch auf Mockchen rumstehen. Scheiße, mein Auto ist gleich leer. Scheiße. Ich hab schon wieder. Ich hab mich nicht mehr Forza jetzt. Dann hab ich nicht mehr Tochter, Schalke, homin. Wahnsinn, aber ich bin nicht mehr." Jetzt wirklich. Wenn ich mich nicht mehr verhielt, ich hab nichts mehr. Wenn du meine Freunde hier. Dann hab ich mich immer zuhoffen. darin wirst du dir ich bin in die taakon komm jetzt komm ja warte ich noch einfach party in light und friend in light ich hab ne party bekommen juli äh was soll ich spielen ja hier und schimmer welchen schau bist du ein Teil ist der Partie wir sind der Partie 1 dass ich glattieren ja ja ich glaube die Spiel 10 Euro hat ich noch mal kurz was abgespeichert doch ja alles ich mann doch der schwester man diese mal beitreten die partie die ist glaube ich immer weit hier der partie das hat die weiterhielten habe ich gesagt ich habe eine händerperle hier ist es nicht komisch aus müssen den boden reingebacken und ich ich sehe es ich warte hör auf zu schneiden ich will ein screenshot davon ja hab ich ich versuche mich mit den händen ich weiß nicht wie lange genug er wie lange noch peking von players so lange noch scheiße auch wenn ich baue das auf die zwei wenn wir connect ist es gibt wegen hecke ich wollte dich daran die glitsch das stelle über vor ich bin mir geschossen so ich komme gleich wieder okay die Kinder aus dem Haus und ich war die im Block ab das Ausstieg mal ins Künstler das Gart und Klinchen die Städte ist hier ich bin am Spot unter der Erde Prozent 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 und es ist so etwas zu uns bekommen Prozent um Süßkram und die kleine Blutungsbox auch von Engel die hat glaube ich auch erzählen es braucht ihn nicht dann kannst du die nein die schlechter ist sein kann ich die Kotzung haben und weil wir brauchen wir brauchen das ist aber los schicken oder was ja ich krieg die Küche ich hab mich verspielen 2 kannst du mir mal versuchen das PoichiPack zu schicken Hallo kannst du mir mal versuchen das PoichiPack zu schicken PoichiPack hast du kein Label Mut ja aber das geht um die Mut hä muss aber gehen bei mir nein Optionen Ressourcen Pack ich hab mir das ja schon ich will das ja mit den Sounds haben deswegen da musst du Soundpack dahinter eingeben eingeben Poichi Soundpack kann ich jetzt irgendwie so Poichi MixPack nehmen oder weiß ich nicht ich hab kein PoichiPack ich weiß gar nicht ob da überhaupt verwendete Sounds von der sind ist sonst die Luft rum und da kommt der Papier und kommt alles zum McDonalds oh hoch hey ich werd rausgekickt maan hat mich noch was verraten ja ich muss gleich muss gleich wo ich rede nicht, ich rede mit Max Kennze wie äh Rage Matt Nee Matt Ne sag mir nicht Pro Plus Geh ich nicht Krasse Oh man Ich geh da zwei aus der Schraub Ja ich bin ja grad schon immer neu drauf Sonst komm da mal rein, ist immer noch die erste Lobby Das dauert zu lange Das dauert zu lange Äh So Masterbüter spielen Ich weiß Warte mal Ich muss jetzt los Ich denke Wir müssen jetzt los Wir müssen jetzt los Dufte Dürfte Dufte Ja, okay Dann bis Bis später dann, ja? Ja, kann man das aufnehmen, weil sie dauert noch ganz kurz. Sorry, bei mir Ja 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 Das ist Ja Ja Ich Ja 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 Hallo? 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 Oh mein, schau dir zu mir zu. Ach komm, ich kann ja nicht mal was anderes spielen. Ach, die müssen wir mal zumachen. Ich könnte eigentlich was gesagt ich spielen. Schreibt doch mal bitte in den Chat, was ich spielen soll. Ich hab zur Auswahl Binge Drive, Rocket Leech, Gary Smarts, ähm, Scrap Mechanic. Ich halte immer noch Minecraft, ne? Ähm, ja, und das war's eigentlich schon. Ja, und an der Playsee könnte ich noch Nitrospeed oder auch noch Minecraft zocken. Kann ich auch livestream nur. Er wird dann livestream nur ganz unterbrochen, ganz kurz unterbrochen und das war noch weitergeführt. Sehen sie so immer noch auf YouTube aber als neuer livestream gekennzeichnet. Ähm, ja. Slobe. An dieser Stelle, dass ich den Streaming schon wieder mal beende. Ich kann nochmal was nachgucken. Ähm, wo ist es? Sprechst du das? Haha, ja. In der Reihe ist es. Oh, das ist einfach hier. von jetzt gerade der ist okay um Kürtel Gehöriger Verzögerung her schon mal kann ich hier wieder schreibt da bitte was in den Scheidern kann ich auch grüßen ich kann ja oder stehe ich unten irgendwelche so geht es Szenen hinzufügen ok ihr dürftet jetzt im Stream ja ganz kurz nix sehen Fensteraufnahme ok ja genau so ihr dürftet das hier jetzt sehen und dann haben wir wo ich kann auch eigentlich auf Desktop Aufnahme machen hinzufügen das dann ist ein ist die Prozent kann ich hier die sind ich bin nicht nur mit der Stuttgart zu führen bis aufgaben für den Stream des Tops wird hier nicht das hat niemand gesehen Papierkorb da das muss ich auch noch hier verschieben hier hin hier hier lustiges hin ich muss auch so nachdem wie jetzt hier ich bin hier wichtig die ganzen Zeit sie ein Knobel bester Stream Desktop ich komme hier ich höre was was hier wer ist sie die 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 ihr könnt es leider nicht sehen sie können mich die über die parat speed und ich will und und also von den verschlüsselten ordnen die die Kraftsdorf Prozent die Verknüpfungen Was ist das für ein Dinges? Ich hab mal nach hier... Die... Neue Abträge... Ich hier auch über... Da muss ich nicht hingehen... Kann man die eigentlich drehen, wenn man die so markiert, dass man die dann so seitwärts dreht? Das fände ich ganz cool, wenn man das mal einer schreiben könnte, und man das kann und dann noch irgendwie die Taste dafür. Na, ich habe aber gestern die Musik gekriegt, dann war ich Human und... Äh, nein. So. Kann ich auch schon wieder wegmachen. No. Viel zu tun gibt es ja jetzt eigentlich nicht mehr. Oh, das ist so zu sagen, dass ich mich schon mal schon abschieben will. So. Damit würde ich sagen... Dann war es auch schon mit dem Spiel dann... Und...